Sehr geehrter Herr Präsident, Zunächst einmal vielen Dank für die Gastfreundschaft, die uns hier entgegengebracht hat. Der heutige Besuch ist ein würdiger und ein bedeutsamer Abschluss meiner Afrika-Reise. Unser heutiges Gespräch war sehr intensiv und ein heutiges Reich. Wir haben ein enormes Potenziales, die wirtschaftliche Zusammenarbeit haben. Wir haben ein enormes Potenziales, die wirtschaftliche Zusammenarbeit haben. Wenn es eine Sicherheit geht, und wir sind ein Länder, die schon mit der Präsidenten ausgeführt hat, seit mehreren Hundert Jahren, die Klimmatische Bundeskanzlerin und Dauer haben, dass sie eine sehr vertraut sind, bis zu 140 Jahren. Hedef dieser Reise war auch den Fokus auf die Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es gab auch die Unterricht, mehreren Firmen im Rahmen des Besuchers, die auf dieses Zusammenarbeit mit dem Eekoporin in den Fordergrund zu stellen. Es gibt gerade eine Veranstaltung, die wirtschaftliche Zusammenarbeit haben. Und das ist eine große Herausforderung, die wirtschaftliche Zusammenarbeit haben. Und das ist eine große Herausforderung, die wirtschaftliche Zusammenarbeit haben. Vielen Dank. شاهدنا الكثير من التطور في النقل الجوي ما بين البلدين وبالتالي سيكون هناك مزيد الاتفاقات في هذا الصدد أيضا.